Das ist die Inge. Ja, das klingt doch nicht. Die Inge. Sie hat sich gerade noch abgefangen. Und der Klaus, das ist ihr Freund. Dann nimmst du das wieder auf, oder? Du hast echt einen Blödsinn im Kopf. Ich habe ihr heute was gebracht. Das ist ein Clown. Könnte ja der Klaus sein. Der riecht so gut, gell? Ja, so wie du. Der ist ja herzig. Das habe ich ja gestern geschenkt. Der riecht auch so gut. Ja. Das ist ein Auteur, gell? Die Inge ist schon zwölf Wochen im Krankenhaus, gell? Hör ich. Am Donnerstag kommst du nach Birnbach. Nach Birnbach. Nach Birnbach. Jetzt hör mal auf. Jetzt hör auf. Du bist herrlich. Hallo? Hallo? Ja? Inge? Wie soll es weiter gehen in Zukunft? Siehst du es drauf, ja? Ja. Weiter bist du es. Die Inge, die ist zwölf Wochen lang im Krankenhaus, ist 15 Mal operiert worden. Nicht einmal oder fünfmal, 15 Mal ist sie operiert worden. Und irgendwie, und irgendwie hat sie es geschafft. Und warum? Darum. Das ist ein Auteur, 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 das ist ein Auteur. Vielen Dank.